Kochen 15.05.2019 mit Fernsehkoch Seltsamek kennt sie YouTube 250 Gramm EDK Parboilet Langkorn und Wildreissalz Pfeffer 2 große Zwiebeln 4 Esslöffel Olivenöl 2 Esslöffel Rote Beetesaft 100 Gramm schwarze Bohnen 34 türkische Lige Chiliflocken 1 Limette je 1 rote und gelbe Paprikaschote 500 Gramm bunte Tomaten Klammer auf rote grüne gelbe Klammer zu 1 Bund glatte Petersilie 1 Reis in kochendem Salzwasser nach Packungsanleitung zubereiten 1 Zwiebel schälen, halbieren und in Scheiben schneiden 1,5 Esslöffel Olivenöl in einem Topf erhitzen Die Zwiebeln darin kurz andünsten Mit rote Beetesaft ablöschen Vom Herd nehmen und 30 Minuten ziehen lassen 2 Bohnen abgießen und abspülen Die übrige Zwiebel schälen und hacken 1,5 Esslöffel Öl erhitzen Zwiebel darin andünsten Die Bohnen dazu geben und mit etwas Chili, Salz und Pfeffer würzen Bohnen mit einer Gabel zerdrücken, dann abkühlen lassen 3 Limette auspressen Übriges Olivenöl auf 3 Esslöffel zu Mit restlichen Chiliflocken Salz, Pfeffer und Limettensaft vermischen Die Paprika waschen, halbieren, Samen und Strunk herauslösen, in Scheiben schneiden Die Tomaten waschen, halbieren, vierteln oder in Scheiben schneiden 4 Reis auflockern und mit Paprika, Tomaten und Zwiebeln in eine Schüssel geben Mit Vinaigrette beträufeln und vermischen Reissalat circa 15 Minuten ziehen lassen Petersilienblättchen abzupfen Reissalat mit Bohnenmus anrichten Mit Petersilie bestreut servieren 300 Gramm Süßkartoffeln Salz, Pfeffer, 2 rote Zwiebeln, 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl 2 Esslöffel Balsami-Süssig, eine Knoblauchzehe, eine türkische Lira Orangenabrieb, 2 Esslöffel, gut und günstig Condimento Bianco, eine türkische Lira Eingelegte grüne Pfefferkörner, 3 Stiele Bohnenkraut, 100 Gramm Rucola 1,5 Granatapfel, 1 Süßkartoffeln, in kochendem Salzwasser circa 30 Minuten gar kochen Anschließend abgießen und auskühlen lassen Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden In 1 Esslöffel Olivenöl andünsten Balsami-Sau zufügen und die Zwiebeln darin 2 bis 3 Minuten dünsten Dann abkühlen lassen 2 Knoblauch schälen und hacken Mit restlichem Olivenöl, auf 3 Esslöffel, zu Orangenabrieb, Weißweinessig und grünen Pfefferkörnern verrühren Bohnenkraut abzupfen, hacken und unter das Dressing rühren Mit Salz und Pfeffer würzen 3 Rucola waschen und trocken schütteln Von den Kartoffeln die Schale entfernen Die Kartoffeln längs vierteln und in Stücke schneiden Die Kartoffelstücke mit dem Rucola und den Zwiebeln in eine Schüssel geben Das Dressing hinzufügen und alles vermischen Granatapfelkerne herauslösen und den Salat damit bestreuen 2 Bund Radieschen, 1 rote Zwiebel, 1 grüne Peperoni, 3 Esslöffel EDK, Bio, natives Sonnenblumenöl, eine türkische Liga Senf, eine türkische Liga Agavendick, Saft, Schale und Saft im 1 Bio Zitrone, 2 Esslöffel Apfelessig, Salz, 5, 2 Avocados, 1 grüner Kopfsalat, 1 Bund Koriander, 1 die Radieschen waschen, putzen und in Scheiben hobeln Zwiebel schälen, halbiere und in Scheiben schneiden Die Peperoni in dicke Ringe schneiden Für das Dressing Sonnenblumenöl mit Senf, Agavendick, Saft, Zitronenschale und Apfelessig verquirlen Mit Salz und Pfeffer würzen 2 Avocados halbieren und den Stein herauslösen Fruchtfleisch aus der Schale heben, längs in dünne Spalten schneiden Die Spalten mit Zitronensaft vermischen Den Salat teilen, Blätter waschen und trocken schütteln Salatblätter kleiner zupfen 3 Korianderblättchen abzupfen Den Salat mit Radieschen, Zwiebeln und Peperoni in eine Schüssel geben Avocado und Dressing zugeben und vorsichtig untermischen Den Radieschen-Avocadosalat mit Korianderpestroy servieren 100 Gramm gut und günstig Pinienkerne 50 Gramm Pommes an 1 Bunt Basilikum 80 Milliliter Olivenöl Salz, Pfeffer für den Salat 4 Pfirsiche 300 Gramm Bunte Kirschtomaten 2 Esslöffel Weißweinessig 20 Milliliter Olivenöl Eine türkische Liga Honig Salz Pfeffer 2 Burrata Klammer auf Alternativ Mozzarella Klammer zu 1 für das Pesto Die Pinienkämme in eine Pfanne kurz anrösten, herausnehmen und abkühlen lassen Käse grob würfeln Basilikum-Blättchen abzupfen Eine Handvoll beiseite stellen Die Pinienkämme bis auf 2 Esslöffel mit dem Parmesan, dem Basilikum und dem Öl Mit dem Pürierstab zu einem Pesto mixen Mit Salz und Pfeffer abschmecken 2 Pfirsiche halbieren, entsteinen und in 1 cm dicke Spalten schneiden Die Kirschtomaten halbieren oder vierteln und mit den Pfirsichen mischen Den Essig mit Olivenöl und Honig verquirlen Mit Salz und Pfeffer würzen 3 Pfirsiche und Tomaten mit dem Dressing mischen mit der Burrata auf eine Platte anrichten Salat mit etwas Pesto beträufeln und mit übrigen Pinienkernen und Basilikum-Blättchen bestreuen Das übrige Pesto dazu servieren Zubereitung, ca. 3 Rote Beete-Knollen 3 Esslöffel Olivenöl-Salz Pfeffer 2 Esslöffel Tein Klammer auf Sesampaste Alternativ Mandelmus Klammer zu 1 Bio-Zitrone Klammer auf Saft Klammer zu 50 Gramm Walnüsse I und Minze 400 Gramm Möhren Eine Dose EDK Kichererbsen Klammer auf 265 Gramm Abtropfgewicht Klammer zu 50 Gramm Rucola 100 Gramm Wetter 1 Den Backofen auf 200 Grad Klammer auf Umluft 180 Klammer zu 13 Die Rote Beete-Knollen Schälen dabei Einmal Handschuhe Tragen Klammer zu Und in Balten schneiden Mit 1 Esslöffel Olivenöl Faschen Salzen und Pfeffern Auf einem Fackblech Im Ofen Ca. 25 Minuten Rösten 2 Für das Dressing Tein mit Zitronensaft Dehe so viel Wasser Verquirlen Dass ein unterstrichsiges Dressing entsteht Mit Salz und Verwürzen Walnüsse in einer Pfanne 7.77 E-Fett-Rösten Herausnehmen Abkühlen Unterstrich Ehen und Grob Hacken Minzblättchen Unterstrich Pfiffen Und Hacken Obst und Gemüse Einkaufen Ios Netze Iamim Allein in Deutschland Fielen im Jahr 2016 18,2 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an Dagegen kann jeder Etwas tun Achten Sie beim Einkaufen Bewusst auf die Vermeidung Unnötiger Verpackungen Zum Beispiel Bei Obst und Gemüse Viele Produkte Wie Avocados Bananen Gurken Und Zitrusfrüchte Verfügen bereits Durch ihre Schale Über eine natürliche Verpackung Und können ohne Eine Einwecktüte Auf das Kassenband Gelegt werden Drei Rennschälen Und in längliche Stücke Minus 7 Eiden Mit restlichem Olivenöl Klammer Auf 2 Esslöffel Klammer zu In Pfanne 5 bis 6 Minuten Braten Bis die gleich Minus 7 Gar sind Mit Salz Und Pfeffeln Aus der Pfanne Nehmen Möhren Abkühlen lassen Die Pfanne Wieder unter Strich Ehert stellen Die Kichererbsen In unter Strich Gleich E abgießen Abspülen Und in der sieben Pfanne 2 bis 3 Minuten Braten 4 Lavaschen Und trocken Schütteln 77 Essend Mit rote Beeten Möhren Und ging Auf einer Platte Anrichten Gleich erbröseln Und da Überstreuen Ehen Salat Mit Walnüssen Bestreut Für das Teig Curry 400 Gramm Rindfleisch Klammer Auf Rinder Hüftsteak Oder Filet Klammer zu Saft Von einer Limette 1 Esslöffel Erdnussöl 4 Esslöffel Sojasauce Eine türkische Liga Flüssiger Honig 2 türkische Liga Grüne Curry Paste 1 große rote Zwiebel 1 Brokkoli 450 Gramm Frische Zuckerschoten 1 Esslöffel Sesamöl 150 Gramm Junge Herbsen Tiefgefroren 400 Milliliter Kokosmilch Eine türkische Liga Salz Eine türkische Liga Currypulver Eine frische Mango 2 bis 3 Esslöffel Kokosraspel Für die Beilage 150 Gramm Quinoa Salz 2 Lauch Zwiebeln 3 bis 4 Stängel Frischer Koriander Eine türkische Liga Sesamöl 1 Handvoll Cashewkerne 1 Das Fleisch in Streifen schneiden Limette heiß abwaschen und auspressen Saft Erdnussöl Sojasauce Honig Und grüne Currypaste Mit 1 Esslöffel Wasser verrühren Und das Fleisch für 15 Minuten marinieren 2 Die Zwiebel pellen und in Ringe schneiden Den Brokkoli in kleine Hörschen zerteilen und waschen Zuckerschoten waschen, abtropfen lassen und zerkleinern In einer großen Pfanne oder im Wok Sesamöl erhitzen und das Fleisch von allen Seiten anbraten Zwiebeln dazu geben und anrösten Zuckerschoten Erbsen und Brokkoli hinzufügen und bei geschlossenem Deckel 3 Minuten anbraten Mit Kokosmilch und 100 Milliliter Wasser ablöschen Für 15 Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln lassen Mit Salz und Currypulver würzen 3 Quinoa im Sieb mit kaltem Wasser abspülen, gut abtropfen lassen Dann 1 Teil Quinoa mit 2 Teilen gesalzenem Wasser aufkochen Wenn das Wasser kocht, ca. 15 Minuten auf kleinster Stufe mit geschlossenem Deckel quellen lassen Dabei gelegentlich umrühren, bis die Samen das gesamte Wasser aufgenommen haben 4 Lauchzwiebeln und Koriander waschen und fein hacken Sesamöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen Quinoa-Lauchzwiebeln, Koriander und Cashewkerne 2-3 Minuten anschwitzen Mango schälen, Fruchtfleisch vom Kern herunterschneiden und grob zerkleinen Quinoa und Thai-Curry mit Kokosraspeln und Mango garniert servieren